Mit drei Schlägen O-Zapft, woran hat es gelegen, dass es nicht zwei geworden sind? Ja, ich meine drei ist doch schon recht gut, finde ich. Und meine Ehrgeiz ist nicht, dass ich es jetzt mit einem schaffe. Mit zwei war natürlich jetzt einmal schon gelungen, aber ich bin sehr zufrieden mit drei. Und diesmal, mei, es hat ja richtig gespritzt nach dem ersten Mal, obwohl ich wirklich nicht weiß warum. Und da war ich dann froh, wer nach dem zweiten Schlag aufgehört hat zum Spritzen. Und morgen haben Sie ja noch einen Versuch. Ja, morgen zapfe ich nochmal ab in der historischen Wiesn um 12 Uhr Mittag. Da ist um 11 Uhr Schaustellergottesdienst und um 12 Uhr wird die historische Wiesn eröffnet. Also das wird sicher nochmal eine Probe. Vielleicht schaffe ich es da ohne Spritzen. Schauen wir mal. 150 Jahre Mühlderfer Volksfest, morgen Anzapfen bei der historischen Wiesn. Spüren Sie das Gewicht der Geschichte? Schon bedeutungsvoll, oder? Ja, ist schon. Also ich bin überhaupt ja eine Liebhaberin der Mühlderfer Geschichte. Ich kenne mich da auch ziemlich gut ausdrinnen. Und ich denke, Geschichte, das ist das Fundament, das wir haben in der Stadt. Und da gehört auch die Volksfestgeschichte dazu. Das Volk hat in allen Zeiten unter anderem auch verstanden, dass man miteinander feiert, weil das die Menschen verbindet, weil man das vom Alltag ein bisschen raushebt. Und das war ja sehr oft in den vergangenen Zeiten ein sehr schwerer Alltag. Also das Volksfest war immer eine ganz wichtige Geschichte für die Mühlderfer. Und das wird es auch in Zukunft sein. Anna, heute für dich ein ganz besonderer Tag wahrscheinlich. Wie war es für dich auf der Bühne auf dem Volksfest als Königin? Ja, schon aufregend. Also man war ja noch nie oben, so wie die Bürgermeisterin macht. Das hat schon zum zweiten Mal, aber das erste Mal auf der Bühne zu stehen, ist schon ein schöner Moment gewesen. Und jetzt wahrscheinlich die elf schönsten Tage überhaupt für dich im Jahr? Natürlich. Also das Jahr ist wahrscheinlich schon das schönste Jahr vom Volksfest her. Also zu den Vergangenen und zu den weiteren, die folgen werden.